Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge RoboCop Rock City. Äh, ja, wir rufen heute mal auf jeden Fall unsere Psychologin an, aber ich gucke mich noch ein bisschen um. Ich sammle noch ein bisschen Nebenquests, wie immer. Wir wollen ja hier nicht nur Main Story durchrushen. Ich hätte gerne trotzdem mal ein Radio. Da gibt's keins mehr. Hm... Wir haben noch keine Nebenquests. Wir müssen uns noch ein bisschen umgucken. Wir gehen mal, ich würde sagen, ich gehe mal in den Hauptraum. Zurück. Und gucke mich hier noch ein bisschen um, ob wir hier auch noch was zu lesen haben. Liegt ja doch immer mal neues Zeug. Und wir könnten auch gleich hinten noch mal gucken gehen an unserer Falltafel, wie sich das dort jetzt gestaltet. Wo ist eigentlich Washington? Okay, wir dürfen erst später hier rein. Den verstand Luis da gerade mit. Was kann ich? Stand Washington auch mit? Nee, der Chef stand. Nee, und Luis und zwei Kollegen. Also nicht Washington. Nein, der war zwar angeschossen. Oh, hier ist ein Radio. Oh, hier ist ein Radio. Huhu. Okay, nur noch 6% Todeschance beim Trinken von Wasser. Ja, das ist gut. Das ist, ähm... Eine Verbesserung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, bei welcher Prozentzahl die... Die Sterblichkeit vorher lag, aber... Ich glaube, 6% ist, äh... Ganz gut. So, wir könnten auch noch mal, ähm... 290. Wir könnten mal in die Arrestzellen gucken. Vielleicht ist der Pickels wieder da. Nee. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt gehe ich mal noch kurz in die Garage. Ansonsten kann ich anscheinend gerade nicht viel machen. Ich könnte noch Punkte ausgeben. Was soll man hier... Schockwelle... Wobei... Kleinkalibrige Waffen, gibt es die hier eigentlich noch? Wir haben doch jetzt nur noch die... ...richtigen Oschis... Angegnern. Niemand hat was für uns. Okay, dann gehe ich halt jetzt meine Psychologin anrufen. Aber die scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Oder sie lockt mich in einen Hinterhalt. Wie gesagt, mein Vertrauen in diese Dame ist nicht mehr das Größte. Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I... I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology, and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to. Except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. Thank you. Oder hat die Reporterin noch was damit zu tun? Ich meine, eigentlich hatten wir sie ja auf unsere Seite gezogen. Undead? Cool. Ne? Ne? Das Problem ist, dass einer von euch verabschiedet hat meine Beobachtung für Hilfe. Herr, kein von unseren Dispatchern tun würde so etwas wie eine Beobachtung und nicht aufzunehmen. Vielleicht wird die nächste Sache sagen, dass ich meine eigene Fisch-Shop verabschiede habe. Plötzlich werden die Menschen versuchen, eine Beobachtung zu verabschieden. Wie schreien Sie? Meine Familie hat in diesem Gebäude gearbeitet. Du solltest wissen, dass ich viele Offenzeichen habe, um zu kaufen. Aber ich würde niemals auf den OCP verabschieden, außer bei euch. Ich muss Augen zu Augen sprechen mit dem Mann, der meine Beobachtung verabschiedet hat. Nur einen Moment, Herr. Murphy, ich glaube, es ist dein neuer Freund, der heute auf Dispatch-Duty war. Können Sie das mit ihm beobachten? Waschenken? Gerade eben war er nicht in der Einsatzzentrale, also kann das gar nicht gewesen sein. Ich habe schon Pause gemacht den ganzen Tag der Washington. Was? Okay, wir gehen zu den Spenden. Sie sehen? Sie hat es selbst gesagt. Das kleine Schnitzel reportiert alles zu OCP, um zu verabschieden unsere Erwartungen zu verabschieden. Das ist nicht richtig. Ich habe alle... Ja, das ist nicht richtig. Und Sie antworten für das. Put ihn auf. Ich werde dich kämpfen. Wir sind Polizisten. Nein, du hast das alles falsch gemacht. Du niemals warst und niemals will sein Teil dieser Team, denn du bist ein realer Mann. Du kannst du einige von uns verabschieden, aber ich kann einen Ratt ein Meter entfernen. Wenn wir sagen, das reicht, stellen wir uns auf Washingtons Seite. Wenn wir nichts sagen, sind wir wahrscheinlich auf Officer Staffs Seite. Ich möchte nicht, dass Washington der Spitzel ist. Ich gehe dazwischen. Ich hoffe damit, Washington zu schützen. Attacking a fellow officer is a violation of the law. Ich will not allow it. Of course you won't. You're both OCP's puppets, covering for each other. This is bullshit! Come on, Steph. Let's just go. Whatever, man. Your stress level appears to be high. I recommend using a health pack. I'm guessing you're not here just to check my vitals. Can I help? There has been a complaint about police ignoring calls. You mean other than this one? I had a feeling something was wrong with the switchboard. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I mean. I think the problem started when OCP brought new equipment in. I mentioned to the technicians that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? Okay. Okay. Wir scannen nach Problemen. Telefon einwandfrei. Aber wir haben eine unzulässige Änderung festgestellt. Alles einwandfrei. 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 Das stimmt. Das ist das. Wenn das ist, ich war mit ihm so out. Real begin, habe ich gefunden. Unde säger cent pit evident. A Kurt präsentier ist? Einfach Anrufbeantworter eingestellt. 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 okay und dann machen wir erst die nehmen gut gut okay so viel dazu mich hat es aber schon gewundert wie ihr vielleicht gehört habt wo ich meinte dass das neben das sein soll oh murphy you're here let's start with what you found out at that prison I will show you, somewhere private. I think I've got the place. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Afterlife? So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy. Real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we've found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. Alright, everyone dismissed. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. But, Sarge! I need you here. That's the end of the discussion. Der alte Mann, ich muss ganz ehrlich sagen, der alte Mann, der ist bisher einmal in Erscheinung getreten. Ich glaube nicht, dass er irgendwas... Nee, der alte Mann nicht. Nee, 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 nee. Ach, müssen wir jetzt wieder politisch werden. Ich möchte mit Politik nichts zu tun haben. Hallo? Oh. You called. I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell me what you want me to do, and I'll do it. Is it money? Do you want me to pay you? I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes, you know as well as I, that we can't have OCP rule this city. I may have overheard that there are some serious accusations pointed at the old man himself. What more do you need to know, to support me? I will think about it. Sure. Take your time. But not too much time. The election is in two days. Wieso habe ich den jetzt unterstützt? Ich habe... Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur mit ihm geredet. Also manchmal... Also manchmal... So, you better stop being so naive and join the strike. Ach, hat sich jetzt hier noch irgendwas geändert? Gibt es jetzt hier noch irgendwas zu lesen? Ich glaube aber tatsächlich, selbst wenn ich das jetzt wieder auswähle, kann ich das... Ich weiß aber nicht so... Ich weiß nicht so richtig, wie ich das jetzt machen soll. Also, ich wähle das jetzt aus. Dann heißt es wahrscheinlich wieder, ich kann das nicht machen. Allerdings steht hier Revier verlassen. Also kann ich doch zwischendurch das noch machen, oder? Hm. Gucken gleich. Ah, ich glaube hier ist nichts Neues. Hier wollen wir erst noch nicht wirklich gucken. In der Dusche waren wir noch nicht gucken. Meine Bewertung waren wir schon. Ich könnte rein theoretisch... Wir haben noch eine neue Platine. Punkt 2. Wir haben dich noch nicht mehr. Oder wir sind noch 1-2-3-4-3-4-3-4-3-3-4-3-4. Aber ganz ehrlich... Gut, es ist halt nicht wirklich Panzerbrechen. Das ist halt nicht wirklich Panzerbrechen, ne? Typ 3-4-4-4-4-3-1-4-4-4-3-4-4-5-4-4-5-4-4-4-5-5-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Ich weiß nicht, ob das... Hier ist Panzer brechend. Hier müsste ich eigentlich hin, aber dann bräuchte ich hier eine Platine. Ich habe auch keine Lust, meine aktuelle Platine auseinanderzunehmen, wisst ihr? Ja, ist ein bisschen schade, aber wir machen relativ viel Schaden generell. Ja, ist schon okay so. Ich habe Sorge, dass ich es verschlimmen besser. Das möchte ich nicht. Ich glaube schon, dass wir den Schaden brauchen. Ich selber habe meine Panzerung in den Fertigkeiten auf Maximum geskillt. Aber hier steht Luis. Komm mit! Komm mit! Komm mit! Boah, stell dir mal vor, Luis steckt dahinter. Boah. Ich bin zerstört. Aber sowieso. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich bin nicht so gut mit aufnehmen, Schrägstrich streamen und Story verstehen. Ich bin mir sicher, dass ich viele Sachen nicht raffe aktuell, die eigentlich offensichtlich sind. Deswegen nehmt meine Meinung nicht für wahre Münze. Macht euch euer eigenes Bild. Ich werde am Ende so oder so überrascht, denn egal was irgendwie im Finale passiert. Das ist ja schon mal, es ist. Ich werde es fliegt. Ich werde es nicht täglich im Finale passiert. Es ist dann noch so oder so. Wir sind gefühlt hier immer. Genau. Ich werde es nicht vor, wir sind. Wirst du vollen. Wir sind sehr bewusst. Ich werde nicht aufhören. Wir sind einfach mal aufhören. Nein, ich wollte die Gülteste sehen. So, wir gehen zuerst zu Washington. So, wir müssen drei Verstöße finden und wieder 500 oder 400 oder was war es? Ähm, Beweise. Gut. Dann tun wir dies. Hier war ein Fischladen, wo wir letztens hier waren. Guck mal, ich kann nicht mal hintergehen. Oh, ich nehme Steph mit. Äh, das hier oben ist natürlich, das mag Washington wiederum nicht, aber ich nehme Steph mit, dann passiert Washington nichts. Ich hoffe, Steph stirbt. Nein, das ist böse. Aber ich möchte doch nur... Hier hinten kommen wir gerade tatsächlich nicht mehr. Hier in das Haus, wo wir mit dem Alten gesprochen haben. Ähm, ich möchte nur, dass Washington safe ist. So, ich meine es doch gut. So. Aber das Spiel ist dann halt direkt wieder... Du hast dich auf die Seite des anderen gestellt. Oh, 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 oh. Sehr akrobatische Leistung. Ah, ich kann den gleich hoffentlich so richtig auseinandernehmen und richtig peinlich. Ach, das sind diese Abpralldinger da. Stimmt, die nutze ich nie. Ich möchte jetzt hier ungern so Beweismaterial übersehen, weil ich weiß nicht, ob wir hier nochmal zurückgehen können, das Gebäude. Ist das Geräusch, das klingt immer so animalisch. Oh Gott, was würde mein Vater sagen? Und die Fische, oh, die Fische werden so schlecht gehen. Oh, quit your wine and pops. It's not like anyone can smell the difference. Open the door and come out with your hands up. Oh, shit, that's Robocop. Listen, you and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money. So you better scram if you don't want trouble. I am a police officer. I do not take orders from lowlifes. What the? What do you want, Robot? I'm trying to be nice here. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. You're going to pay for what you did to my soul. Oh, let go of my gun, you crazy prick. There was my family's legacy. Toll. Toll. Den machst du. Den Papierkram gemacht, Steph. Das ist jetzt blöd gelaufen. Ich hab auf jeden Fall die falsche Antwortmöglichkeit gewählt. Oder es war geskriptet. Ich weiß nicht. Hat jemand von euch, die das hier grad schauen, auch gespielt, das Spiel? Und habt ne andere Antwort gewählt? Und es ist das gleiche passiert? War das geskriptet? Bitte sagt mir, dass das geskriptet war. Aber ich werde es am Ende ja auch in meiner Bewertung sehen, inwiefern ich jetzt hier auch Punkte für bekomme oder nicht. Äh, ja. Das war die Aufgabe hier schon. Okay, wir gehen wieder raus. Okay, wir gehen wieder raus. Nee, kann ich nicht, weil ich hab ne Aufgabe hier noch. Aber danke. Ich mein, immerhin haben wir Washington jetzt bewahrt vor diesem Einsatz. Er hat damit quasi jetzt nichts zu tun. Er kriegt jetzt keinen Ärger, dass die Geisel gestorben ist oder der Melder, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ist doch alles gut? Na? So. Ähm. Und wir haben hier, oh, wir haben schon die Hälfte an Beweismaterial gefunden. Das ist okay. Das ist gut. Ja, ich würde aber an dieser Stelle für heute die Folge beenden. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder, also morgen, wenn ihr Lust habt. Hi, hier ist wieder Zukunftskupfer Münze. Ihr habt in der ersten Folge wahrscheinlich schon mitbekommen, dass das Let's Play, das angespielt Let's Play jetzt mit dieser Folge endet. Wir sehen uns also leider nicht morgen wieder. Für mich ist jetzt vier Wochen nach meiner letzten Aufnahmesession auch dieses Projekt so gesehen beendet, indem ich diese Worte gerade spreche. Ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Mein Leben hatte andere Pläne. Leider habe ich dieses Spiel im falschen Zeitraum gespielt. Ich glaube, wäre ich nicht so oft krank gewesen und ausgefallen, wie auch immer, hätte ich das Spiel wirklich durchgezogen, aber so bin ich einfach raus. Ich fühle es nicht mehr. Schade für das Spiel, aber vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal. Mal schauen. Aber danke. Danke fürs Dranbleiben und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.